Hallo an die Steinböcke, hier ist Julia von Weil du schön bist, jetzt mit deiner Legung, falls du den Steinbock im Sonnenzeichen, Mond, Ascendenten oder der Venus hast. Diese Legung ist für dich für den Dezember zum Thema Liebe und Partnerschaften und Beziehungen. Ich würde sagen, ich gehe auch direkt rein, fange jetzt mal an die Karten zu mischen. Und ja, du hast vielleicht auch schon die anderen Sternzeichen gesehen, das heißt, wenn du zum Beispiel auch zwei Aspekte hast in einem anderen Sternzeichen, wie zum Beispiel Mond und Venus im gleichen Zeichen, dann kannst du mal auch die Legung anschauen. Also ich kann immer empfehlen, einmal alle deine Aspekte anzuschauen, um zu gucken, mit welcher Legung du am meisten resonierst. So, da kommt schon was raus hier. Loslassen, loslassen und gewisse Abhängigkeiten. Schauen wir mal, ob sich das gleich wieder zeigt. Ich möchte die Karten einmal für dich mischen. Es fühlt sich ein bisschen an wie eine Erkenntnis und ein Befreiungsschlag. Aber lass uns mal schauen. Ich möchte dir das keltische Kreuz legen. Ich sage jetzt einmal Danke für die Botschaften hier für das Kollektiv der Steinböcke. Da kriege ich Stopp rein. Und die erste Karte ist die Energie deines Dezembers. Ah, wir haben hier Kopfzerbrechen. Ja, die fünfte Schwerter, da sich gerade der Teufel schon einmal gezeigt hat. Der Teufel, die Königin der Kelche und der Gehängte. Sagte ich ja gerade schon, dass es hier eine Erkenntnis gibt, wo du dich von etwas sehr wahrscheinlich befreien wirst. Der Teufel hat oder kann eine sehr toxische Energie haben. Und das ist das, was ich jetzt quasi mit dieser Karte ebenfalls wahrnehme. Nicht nur generell Kopfzerbrechen. Das sieht hier auf dieser Karte so aus, als ob es ausschließlich darum geht. Aber ich habe das Gefühl, hier ist eine Situation mit jemandem, der sehr egoistisch ist. Jemand, der gewinnen will um jeden Preis. Oder jemand, der unbedingt Recht haben möchte. Und das sind natürlich auch toxische Verhaltensweisen. Manchmal sind wir das. Manchmal ist das die andere Person. Aber das sind ungesunde Verhaltensweisen, die dann immer wieder Drama kreieren, auch in Partnerschaften und Beziehungen. Das heißt, erstmal habe ich das Gefühl, wir haben hier eine Situation liegen für das Kollektiv der Steinböcke, wo wir so ein bisschen das Thema Drama haben. Lass uns mal schauen, was die Herausforderung ist. Ja, Bube der Stäbe. Das kann sein, dass hier irgendein Angebot auf dich zukommt, irgendein Impuls von außen. Vielleicht kommt hier auch tatsächlich Freund, Freundin, irgendjemand von außen auf dich zu. Versuch dir so einen kleinen Impuls zu geben in dieser Angelegenheit. Versuch dir so ein bisschen weiterzuhelfen. Aber es fühlt sich so an, als ob das vielleicht auch Teil einer kleinen, in Anführungsstrichen, Blockade ist. Weil du vielleicht eigentlich ganz genau weißt, in welcher Situation du bist. Und du hast dir eh schon Kopfzerbrechen. Und ich habe das Gefühl, du bist hier in einer Situation, die nicht ganz so einfach ist, was eine ganz bestimmte Partnerschaft oder Beziehung angeht. Das muss nicht immer in der Liebe sein. Das kann auch etwas sein im Freundschaftlichen oder auch im Familiären. Aber erstmal habe ich das Gefühl, ja, wir haben hier definitiv so ein bisschen auch die Blockade, was, wie sagt man das, eine positive Aufregung angeht. Also vielleicht ist etwas ein bisschen zu aufregend hier für dich. Das könnte sein hier, weil der Bube der Stäbe ist eine sehr aufregende Karte. Da kommt ein aufregendes Angebot auf dich zu. Aber gleichzeitig ist es auch die Beobachterhaltung. Und das sagt mir zusätzlich, dass es sein kann, dass du hier in einer Situation bist, die sehr toxisch ist, wo vielleicht irgendetwas nicht weitergeht. Das war mal ein recht vielversprechendes Angebot hier oder eine recht vielversprechende Situation. Aber im Moment bewegt sich nichts voran. Also es geht gerade nicht weiter. Und man ist so ein bisschen in der Beobachterposition dieser Situation. Was ist in der Vergangenheit? Da sehen wir in der Vergangenheit bereits die Neuen der Schwerter. Also du hast hier schon eine ganze Zeit lang es mit, ich würde sagen, Kummer und Sorgen zu tun. Hast hier schlaflose Nächte bereits in der Vergangenheit gehabt. Für einen gewissen Prozentsatz kommt es hin. Ihr wisst es und ich sage es immer wieder, dass die Fünfte der Schwerter eine Karte sein kann, die auf Narzissmus hindeutet. Dass du hier schon länger eine schwierige Zeit hast, ist damit sehr verständlich. Die Problematik ist in dieser Angelegenheit, dass Narzissen sich nicht ändern, dass das quasi Charaktereigenschaften sind, die sich leider nicht ändern lassen, weil sie in der Regel nicht davon ausgehen, dass sie irgendwas falsch machen. Das kommt auch aus einem Trauma heraus. Also wir können dafür immer Verständnis haben, dass auch diese Person natürlich das innere Kind, dass da quasi ein Traumata vorliegt. Aber letzten Endes, wie sich das äußert, ist eben toxisch der Teufel, der vorhin rausgefallen ist, für die Mitmenschen. Und ich habe hier das Gefühl, dass du in so einer Situation steckst, wo du schlaflose Nächte, Kopfzerbrechen hast und das schon eine ganze Zeit. Vielleicht bewegt sich irgendwas hier nicht weiter. Oder aber auch eben, wie ich schon sagte, dass da vielleicht auch mittlerweile Freunde und dass du Impulse von außen bekommst, die dich aber tendenziell eher noch mehr blockieren. Weil das kann ganz schön schwierig sein, wenn man eigentlich weiß, man sollte sich ja aus etwas befreien und loslösen, weil es eigentlich nicht gesund ist. Und wenn dann von außen quasi gut gemeinte Hilfe kommt, so nach dem Motto, hey, löst sich der mal raus. Wenn man selber noch nicht bereit ist, da wirklich diesen Schritt zu gehen, das kann tatsächlich Druck aufbauen. Und deswegen hier vielleicht auch ein bisschen eine Herausforderung sein. Lass uns mal weiterschauen, was hier auf Herzebene ist. Ja, ich habe das Gefühl, du hast hier eine sehr starke Verbindung zu einer Person. Also die zweite Kelche ist die Liebespartnerschaft. Und du spürst hier definitiv eine große, große Liebe und große Gefühle. Und so ist es vielleicht auch, dass du sagst, hey, ich habe noch nie so gefühlt. Und das bereitet dir hier auch diese Kopfzerbrechen, weil du denkst, Mensch, ich kann das doch nicht loslassen. Das muss doch in der Lage sein, dass man das vom etwas Toxischen zu etwas Gesunden hinführen kann. Mit dem Teufel, der vorhin kam und auch der Gehengte. Der Gehengte sagt, die Dinge mal von einer anderen Perspektive sehen und neue Einsichten und Erkenntnisse bekommen. Die Königin der Kelche sagt dann, loslassen, im Fluss des Lebens sein. Habe ich aber, ja, wie gesagt, das Gefühl, dass es hier doch einen Knackpunkt gibt. Und vielleicht ist das etwas, was von außen, was dir gegeben wird. So ein Impuls, irgendwas, was du von außen bekommst, wo du vielleicht die Möglichkeit hast, Dinge klarer zu sehen. Ich nehme hier aber wirklich diese Zwickmühle wahr, weil ich das Gefühl habe, dass dein Herz und dein Verstand so ein bisschen miteinander kämpfen. Und du sagst hier, ey, ich möchte, es würde mir großen Schmerz bereiten, mich hier aus dieser Situation loszulösen, weil ich eben diese Gefühle habe. Ja, der Fokus hier, ich habe das Gefühl, du bist eine sehr treue Seele, der Ritter der Münzen. Ich habe das Gefühl, dass du denkst, hey, wenn ich nur lange genug durchhalte mit dem Ritter der Münzen, das ist die Geduld, das ist die Stabilität und Sicherheit, die sich langsam aufbaut. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass du hoffst hier, dass wenn du nur lange genug durchhältst und beweist, was du für eine treue, vertrauenswürdige Seele bist, sage ich mal, dass sich das Blatt dann hier wendet für dich. Das ist die Energie, die ich hier bekomme. Jemand, auf den man sich verlassen kann. Auch hier der Ritter der Münzen ist der Wert, den Wert beweisen über die Zeit hinweg, Geduld haben. Lass uns mal gucken, wie sich das Ganze weiterentwickelt hier. Na, da haben wir den Herrscher. Ja, der Herrscher, auch da habe ich wieder das Gefühl, du bist hier schon in einer harten Situation, weil wir hier eine sehr intensive Verbindung haben. Du spürst es sehr intensiv. Ob das jetzt eine Seelenpartnerschaft, eine karmische Verbindung ist, auch narzisstische Verbindungen oder narzisstische Verhaltensweisen können sich sehr intensiv anfühlen nach Seelenpartnerschaft. Und es bedeutet nicht, dass der Narzisst nicht auch dein Seelenpartner sein kann. Das bedeutet einfach nur, dass quasi der Narzisst sich eben nicht ändern wird, wenn das hier die fünfte Schwerter was ist, was darauf für dich hinweist. Und dass du hier einen Seelenpartner hast, der mit einer hammerknallharten Aufgabe kommt. Und das wäre dann mit dem Herrscher Verantwortung übernehmen und Grenzen setzen. In die Aktion gehen und deinen eigenen Wert ganz stark zu kennen und zu wissen, was du willst und darauf zuzugehen und zu sagen, hey, das möchte ich erleben in meinem Leben. Das sind meine Grenzen und es könnte sein, dass du hier quasi eine Grenze in dieser Situation ziehst. Für andere kann es sein, dass das hier auch nochmal der Hinweis ist auf diese Person. Im allerbesten Fall kann es wirklich sein, dass wir hier vielleicht vorübergehend, vielleicht längerfristig eine Verbesserung haben der Situation. Denn der Herrscher würde mir sagen, dass hier jemand wirklich auch in Verantwortung übernimmt. Das könnte also auch die Person sein, mit der du es hier zu tun hast. Und vielleicht, ich sage ja, für nicht alle ist das hier eine narzisstische Situation. Aber es gibt definitiv hier eine Situation, wo jemand vielleicht schwer mit sich reden lässt, wo Konflikte nicht wirklich lösbar sind, sage ich mal. Und da, wenn es für dich, wenn du sagst, nee, ist kein Narzisst, das ist ausgeschlossen, dann packt das beiseite. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, das ist nur für einen kleinen Prozentsatz hier gültig. Aber das ist immer das, was ich mit der Fünft der Schwerter eben auch sage und sagen muss. Aber dann kann es sein, dass sich hier mit dem Herrscher die Situation wieder stabilisiert. Lass uns mal weiterschauen hier. Was ist deine Energie? Du bist in einer tiefen Transformation. Diese Situation, habe ich das Gefühl, führt dich an deine Grenzen. Und du bist selber, was deine persönliche und spirituelle Weiterentwicklung betrifft, hier in einem ganz großen Veränderungsprozess. Und es ist so ein bisschen, als ob du durch diese Partnerschaft oder durch diese Verbindung durchgehst. Und als du reingegangen bist in diese Situation, warst du jemand komplett anderes. Und du veränderst dich gerade quasi in dieser Partnerschaft, in dieser Beziehung, durch diese Verbindung. Und ich habe auch das Gefühl, dass du Anteile in dir heilst. Anteile in dir heilst, die vielleicht auch hier zu tun haben mit deinem persönlichen Trauma, was zu tun hat mit deinem inneren Kind. Und ich sehe hier, ich habe wirklich das Gefühl, dass auch du stärker wirst durch diese Erfahrung. Und wir hier quasi einen Tod- und Wiedergeburtsprozess haben. Ein altes Ich darf gehen, damit ein neues integriert werden kann. Und dieses neue Ich ist dann ein bisschen mehr geheilt. Äußere Energien, radikales Ende. Also, ja, das sind Energien, die hier definitiv mitschwingen, dass vielleicht ein radikaler Schlussstrich etwas ist. Irgendwas muss hier oder darf hier auch zu Ende gehen. Das kann im Prinzip sein, das Ende von Schwierigkeiten, wo man sagt, okay, und jetzt Ende von Schwierigkeiten. Was auch immer hier die belastende Situation ist, das wird beendet. Wir haben zweimal auch die Energie von Ende hier. Beides sind Karten, wo man sagt, okay, das ist auch ein Ende, was hier liegt. Wenn es also nicht darum geht, dass du in einer narzisstischen Situation bist, wo du sagst, okay, ich muss das jetzt beenden, dann kann es eben sein, dass du quasi die Verbindung beendest. Dann kann es vielleicht auch sein, dass innerhalb dieser Partnerschaft oder Verbindung, in der du bist, dass ein anderer Grund, der hier quasi Grund zur Sorge ist, dass das etwas ist, was endet. Irgendwas in dieser Situation muss enden. Oder wir haben hier die Energie von einem radikalen Schlussstrich. Und so kann es eben auch wirklich sein. Also, ich nehme wirklich diese intensive Verbindung wahr, die große Liebe wahr. Und dass du hier sehr treu und fokussiert bist und jemand bist, der wirklich sehr sagt, hey, wir arbeiten an den Dingen. Und je nachdem, in welche Schublade das quasi für dich hier gehört, diese Situation, die hier Kopfzerbrechen bereitet, ist das etwas, wo man tatsächlich dran arbeiten kann. Und hier man quasi an diesem Fundament mehr arbeitet und sich eine Sache wieder verbessert. Oder eben, dass du Verantwortung übernimmst, weil es vielleicht eben die narzisstische Situation ist, wo du sagst, ich nehme jetzt Verantwortung. Hier, ich verändere mich selber und bin dadurch in der Lage, vielleicht diesen Schlussstrich zu ziehen. Ja, was ist der Tipp hier an dich? Das Ass der Schwerter. Ass der Schwerter ist immer ein Erfolgserlebnis, ein Durchbruch. Ich habe das Gefühl, du musst dir über irgendwas im Klaren werden. Hier gibt es irgendeine Einsicht und irgendeine Erkenntnis durch das Ass der Schwerter symbolisiert, aber auch durch den Gehängten, der vorher einmal rausgefallen ist, wo ich das Gefühl habe, das ist wichtig für dich, um hier durch diese Transformation zu gehen, um hier wirklich was loslassen zu können. Was auch immer das ist, vielleicht kommt auch hier, könnte der Impuls von außen sein, wo eine Information auf dich zukommt. Aber ich habe das Gefühl, für dich ist es ganz wichtig zu wissen, was ist deine authentische Wahrheit, sprich, was brauchst du, was sind deine Bedürfnisse, was brauchst du und dann eben Klarheit darüber zu bekommen. Und dann auch Klarheit zu bekommen über die Situation. Das sind meine Bedürfnisse, das ist die Situation. Können wir daran arbeiten? Können wir hier irgendwas verbessern und stabiler aufbauen? Oder muss hier tatsächlich irgendwas beendet werden? Kommunikation kann hier ebenfalls nochmal gemeint sein. Ass der Schwerter, ein Durchbruch in der Kommunikation, könnte hier ebenfalls nochmal liegen. Ja, und dann haben wir hier das Ass der Stäbe. Und das Ass der Stäbe ist wirklich ein Neuanfang, der das Potenzial hat, recht aufregend zu sein. Also irgendwas transformiert sich hier sehr, sehr tief. Und das sage ich nicht nur, weil wir hier an deiner Position die Karte des Todes und der Wiedergeburt haben, sondern weil ich wirklich sehe, wie von den schlaflosen Nächten du es hierhin schaffst, in neue Möglichkeiten, die dein Feuer wieder zum Brennen bringen, wo du dich inspiriert fühlst, wo du dich leidenschaftlich fühlst, wo wir hier einen Neuanfang haben, wo ich das Gefühl habe, aber du bist wieder selber mehr in deiner, in deiner, wie sagt man das, in deiner Energie, in deinem Feuer, in deiner Leidenschaft. Und irgendwas wird hier definitiv leichter. Also du arbeitest dich hier definitiv nochmal durch etwas durch, sodass du dann hier, ich nehme das wahr, als dass du befreit bist. Und das fällt mir jetzt gerade wieder ein, natürlich am Anfang direkt gesagt, sich von etwas befreien. Aber mit dieser Karte zeigt mir das nochmal, dass ich das Gefühl habe, dass es wirklich etwas ist, was kommt. Einsichten und Erkenntnisse, der Geistesblitz. Und dann haben wir hier wirklich die Chance auf einen Neuanfang. Und das kann, wie gesagt, je nachdem, in welcher Konstellation das hier ist, etwas sein, was ihr gemeinsam überwindet, wo ihr hier, wo eine Sache wieder besser, stabiler wird. Das kann eine Situation sein innerhalb dieser Beziehung, wo ihr sagt, okay, das müssen wir jetzt loslassen. Das wird jetzt beendet. Und dann haben wir hier diesen Neuanfang liegen. Oder aber wenn du sagst, ja, das ist leider ein Narzisst, mit dem ich es hier zu tun habe, dann würde auch hier dieser Neuanfang liegen, der dir wieder mehr Kraft und Energie gibt. Wir wollen uns jetzt aber mal die Person anschauen, mit der du es hier zu tun hast, um dann auch nochmal ein bisschen mehr Hinweise darauf zu bekommen. Haben wir es hier vielleicht wirklich mit einem Narzissten zu tun? Was fühlt die Person für dich und die Situation? Was denkt die Person über dich und die Situation? Wo steht die Person, mit der du es zu tun hast? Was sind die Wünsche der Person, mit der du es zu tun hast? Und all diese Fragen klären wir jetzt in der Erweiterung. Der Link ist unter diesem Video auf Vimeo. Erster Link in der Infobox. Und ich sage danke fürs Zuschauen, liken, kommentieren, Kanal abonnieren. Bis gleich zum nächsten Video hier oder auf Vimeo. Bis gleich zum nächsten Video hier oder auf Vimeo.